Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Story Mode. Wir haben zwei der Helden gefunden und müssen jetzt irgendwie einen dritten finden, an dem wir erstmal mit allen Leuten reden. Okay. Hä? Aber die sind doch alle von hier. Warum wissen die das nicht? Axel ist ein bisschen so ein ganz kleines bisschen. Ich hoffe, ich muss dieses Blöde. Hey, Smallfryer. No shame in admitting, you can't turn that thing on. It's very, very sophisticated. Ich hoffe, ich muss dieses Schalterrätsel nicht nochmal machen. Mein Gott, jetzt lass mich doch ausreden. Oh, das war jetzt ein bisschen mies. Oh, das war jetzt richtig mies. Das tut mir leid. Äh, kann ich nochmal mit ihm reden? Äh, ich hätte mit ihm reden sollen. Fuck, sorry. Ach man, Lukas, warum verkeige ich es mit dir? Ah, mit allen kann ich überhaupt nicht reden, aber mit... Ah, Mann. Ich bin aber auch ein Arsch. So. Das war so klar. Nicht nochmal, nicht nochmal. Und so verwendet man das gleiche Rätsel gleich zweimal. Es sei denn, es macht jetzt automatisch. Ah, ja. All right, there's your light, my light. Ach. That's new. There he is. Sorin had his fortress deep inside the mountains. After the order broke up. That's where he went to keep doing his experiments. Warte mal, war das Licht gerade nicht woanders? You invited me there a couple of times, but it always seemed a little weird, right? It always seemed a little weird. Glad we can agree on that at any rate. So, why aren't we going? Is there some kind of problem? Huh? Huh? It didn't do that before. Are you sure it's working? Who is that? Oh, no. That's Ivor. Ivor is going to Soren's. We need to move. Not too far. We could probably make it on foot. Hey? We'll get some rest and head out first thing in the morning. Yeah. Now, 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 I don't want to risk it catching up with us. Now, 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 I don't want the Witherstorm catching up with us. We should go now. An excellent call, Jesse. And far more decisive than either of us are being. What a coincidence that it's your plan. But fine. Oh, oh, oh. Auch wenn das Licht gerade die ganze Zeit irgendwo anders ist. Oben, unten, links, rechts. Ähm, müssen wir uns natürlich beeilen, weil Ivo um einiges näher dran ist als wir. Der hat den halben Weg schon hinter sich. Ja, und wir rennen noch nicht mehr. Wir machen, wir laufen. Okay, everyone. Let's get moving. Hey. Oh. Haha, cool. Jetzt haben wir alles. Oh, hello. I heard you saved your friend back there from this Witherstorm thing. You're pretty tough, huh? A regular iron golem, huh? Leaving the creepers quaking in there? Oh, ähm. I'm just doing my best to keep everyone safe. Sollte er aufpassen. Humility. Nice. I can dig it. Kind of wish you had my back before. But whatever. Still seem alright. Ish. What to deal with your buddy Axel? Hello. Can't tell if he's awesome or a little bit of a dork. He's just a little, äh, doofy, you know? He's like a little puppy. Yeah, machen wir mal so eine Mischung aus beiden, ne? Or just walk away. Yeah, he's kind of a jerk sometimes. But he's our jerk, you know? And help him like him. Interesting. Very interesting. Then why didn't you listen to his plan to come get me? Was I just not your cup of tea or didn't think you could handle it? I do have that effect on people sometimes. I figured that we needed brains to fight the Witherstorm. And brains means Elagard. Yeah, I've definitely heard that a lot. I'll try not to let it hurt my feelings too much. Well, just keep on your toes. Oh nein. Epische Fight-Sequenz folgt gleichbestimmt. Oh, neu. Hä? Greifen wir uns noch niemals an? Bogen, Schwert, Schwert und Schwein. Vereint zu einem Y. Ach! Äh, nee. Das mach ich mit den... Boah, ist das cool! Ich muss zwar nur drausmashen, aber... Okay, einer ist tot. Der Creeper hat ein ganz anderes Gesicht im Hintergrund. Oh nein, was? Nein! Im Hintergrund! Oh, 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 oh. Ich spare mir meine Pfeile im Übrigen auf, falls ich das noch nicht gesagt hab. Hatten die das nicht bemerkt, dass da dieses Ding im Hintergrund ist und praktisch voll nah? Undramatische Musik. Was ist das denn? Randome Sound-Effekt. Hm. Oh, Axel, was wüsst du denn für einen? Jump, run! Don't fall. Okay. Keine Zwischensequenzen? Äh, keine... Ah. X! Ah? Da war ich nicht drauf vorbereitet. X. No time to lose... Nein! Nein, 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 nein Deswegen hat sich der Boden bewegt. Da sind sie jetzt tatsächlich. Nein! Oh, nein, nein, nein. Du bist nicht derjenige, der wegkommt. Das ist es. Ich gehe. Vê? Ich gehe auch jetzt weg. Super TNT, hier bin ich. Es ist schwer, zu wählen, als sie die Schmerzen aufzunehmen, wenn sie die Schmerzen aufzunehmen. Und ich dachte, dass sie so gut gemacht haben. Ja, ich würde nicht so weit gehen. Die Schmerzen ist ein bisschen der Deal. Aber hoffentlich werden sie Dinge ausprobieren und mit den wichtigsten Sachen. Das war so klar, dass das jetzt kommen würde. Okay. Ja. Folgendes. Der Typ ist nach rechts gegangen. Sie nach links. Ich rede erst mal mit Petra. Reden mit ist jetzt auf einmal... Petra doesn't look so good. Also, kurz zu meiner Theorie. Wir brauchen jetzt das Super TNT, ja? Eigentlich mag ich sie, also die Elengard, lieber, weil sie einfach netter ist an sich. Er ist natürlich ein totaler Arsch. Allerdings kennt er sich halt mit TNT aus. Dementsprechend würde ich jetzt aktuell ihm mehr folgen. Hey, Petra. Hey. You, okay? Allerdings... Oh, das ist, äh, Petra ist natürlich nicht so schön. Allerdings, äh, war die Idee ja auch von ihr, also von Elengard und nicht von ihm, also... So, ich hoffe, ich kann es jetzt ein bisschen retten mit ihm. Ja, weiß. Ich habe es gerade gesehen. Hier geht es nach weiß. Und wir brauchen ja weiß. Also müssen wir nach links gehen. Wir müssen ihr folgen. Ähm. Ja, dann... Dann müssen wir nach links gehen. Hm. Auch wenn ich jetzt gerne eine falsche Entscheidung treffen würde, einfach nur, um zu sehen, was passiert, Glau... Ich bin mir nicht sicher. Soll ich es machen? Soll ich den anderen Weg einschlagen, obwohl er falsch ist? Obwohl er so ein Arschloch ist? Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Hm. Ich bin mir, ich bin mir, ich bin mir unsicher. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Ah. Weißt du was? Weißt du was? Komm. Petra, are you okay? I'm sorry. I don't mean to worry you. I've just got something I want to discuss with you in private. Well, let's split up. Ah, okay. Interessant. Auch gut. Ich hätte mich eh aufgesplittet, ehrlich gesagt. In the shadow of giants. Oh. Was hat sie uns jetzt zu sagen? Ich fühle mich schlecht über die anderen, aber ich wollte nur mit dir sprechen, über das alles. Es ist ein bisschen schwer zu sprechen. Hey, was es ist, ich信 mir dir. Du kannst mir sagen. Danke für dich so verstehen. Du hast mich entfernt von der Withersturm. Aber ich bin Angst, dass ich nicht rausgekommen. Was? Was? Es ist nicht so lange nachdem du mich schraubst. Was ist passiert? Der Withersturm macht dich sick? Du weißt, was der Withersturm ist? Der Withersturm? Wir haben... Nein, Jessie. Es ist nur Withersturm. Oder Withersturm, ich glaube. Und ich fühle mich, dass es einfach immer weiter wird. Wir werden zurück und sagen die anderen. Wir können Hilfe bekommen. Du kannst niemandem sagen. Oh Gott. Im Himmel. Oh. Das hat mich... Was? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hab ich die falsche Entscheidung getroffen. War das gerade? Jesse, I just couldn't... I'm sorry. Jesse? Hey, you're the one that's sick. Take care of yourself first. I'll be okay. Okay. I got this. Stay safe. Wäre das auf der anderen Seite jetzt auch passiert? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. So, ich hoffe, wir müssen nicht irgendwelchen Endermans... Äh... Aus... Ach, ich sehe da vorne schon was glätzen. Na, das heben wir natürlich jetzt erstmal das auf. Oh, das dient als Licht. Na, großartig. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Hier runterfallen kann ich auf jeden Fall schon mal nicht. Das ist ganz gut. So, was ist das da hinten? Ein riesengroßes Tor. Und ich höre irgendwelche Geräusche in der Ferne. Rechts geht es nach oben, glaube ich. Links geht es nach oben. Oder es sind nur so Dekorationselemente? Äh... Es sind nur Dekorationselemente. Yep, wir müssen gerade aus. Ah, okay, eine weiße Wand. Und deine Bibliothek. Oh, oh, bitte. Das sieht so nach einem Kampf aus hier, ne? Schön alte Orgelmusik. Schon ziemlich cool gebaut, ne? Muss man auch mal sagen. So, auf dem Boden haben wir das Amulett. Ah, ein Spalt. Nach grün. Und ein bisschen schneller. Oh. Oh. Ach. Nein, das ist nicht Soren. Das ist Eif. Das ist Eif. Ja. Du hast du� im dorten. direkt. Du hast dich vor Ort. Also,UT. Was machen Sie hier? Du bist englischner von dir, von dir. Tôi hier mit der Erdung, um zu entfernen Saber TNT. Wir wollen unsere Witherstor. Der Erdung? Oh nein. Das ist schon ein bisschen mies, ne? Oh, ich habe ein bisschen... Ich weiß nicht, ob er uns wirklich im Endeffekt vielleicht doch besser ist, als wir denken. Ich denke zu viel in verschiedene Richtungen, irgendwie, glaube ich. Y? Y? Ich habe dich durch, wenn ich das nicht möchte. Es ist nicht möglich, Jessie. Es ist nicht möglich, wenn ich das hier komme. Jetzt hast du mir gesehen. Jetzt hast du... Jetzt hast du... Jetzt hast du... Ich habe dich nicht geholfen, Jessie. Du kannst einfach nicht geholfen. Jetzt hast du mir gesehen. und man ist all you want slime ball you're still not going anywhere nicht links and the rail we're not letting you get weiter nach hinten er kann noch hin zu euch und trifft sie ihn natürlich es ist gut ich weiß nicht ob es gut ist ihn zu töten ich weiß es nicht ich weiß es nicht was ist passiert was was jesse fall stop query have you ever seen the splash potion of slowness oh die anderen beiden oh die anderen beiden was 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 das war es schon next time on minecraft story mode in pursuit of answers all our heroes found in soren's armory was the seat and treachery locked in a dark chamber deep in soren's mountain as the order of the stone rides off towards near certain doom our heroes must ask themselves would they find a way out of this dark tomb is there any way to cure petra's wither sickness would they find a way to defeat the wither storm or would they remain trapped as it continues its ravenous rampage across the entire world only time will tell only time will tell habe ich jetzt irgendeine Entscheidung getroffen durch die ich praktisch 40 minuten gameplay verloren habe fragezeichen das waren jetzt drei folgen normalerweise habe ich immer fünf mindestens oh man konnte den auch stehlen hast du den befehlspot gebaut ja die meisten bist du nachts oder morgens aufgebracht die meisten natürlich nachts klar so ähm weitere statistik könnte ich mir auch online noch angucken das machen wir aber beim nächsten mal weil das habe ich jetzt nicht vorbereitet da müsste ich mich jetzt für einloggen äh wir gehen am ende glaube ich nochmal am besten die ganzen statistiken der anderen folgen durch das finde ich jetzt aber gerade sehr irritierend dass es äh dass das die episode einfach schon zu ende ist das ist aber das finde ich gerade doof ehrlich gesagt das wäre jetzt aber mal interessant zu wissen ob da jetzt äh irgendwie ich da was also wenn ich jetzt links gegangen wäre ob ich dann da jetzt viel länger für gebraucht hätte oder nicht Interessante Idee hm ich bin gespannt wir sehen uns in der nächsten Folge beziehungsweise in der nächsten Episode von Minecraft Story Mode bis dann Ciao